Ich nehm das jetzt einfach mal auf. Das geht halt immer. Das geht halt immer noch. Immer noch? Ja, die stehen das grad auf. Warum? Das ist wieder so ein Best-of. Alter, das sieht so grottendämlich aus. Ich krieg mich nimmer ein. Vor allem springst du da drauf in die Ohren drunter. Das sieht so geil aus. Oh Gott. Ich hab tränende Augen. Oh, schade. Au. Au. Hier kommt der fliegende Holländer. Holländer. Und die Dinger machen Schaden. Die Leitung. Die Leitung. Ich bin grad durchgeflogen. Die machen Schaden. Du bist aber noch im Bremen. Nein, ich bin im Game-Mod. Du kannst hier drinnen in jemanden hauen. Also. Ich wollte noch irgendwann erzählen, was... Ich hab keinen Blame-Bogen, deswegen... Pass auf, ich flieg hier durch. Ich krieg gleich Schaden. Aber die Spannung ist nicht wirklich hoch. Äh. Du musst auch... Ups. Das sieht so gröner, ich krieg Schaden. Ups. Ja, und lass das Ding jetzt ja auch nicht auf einer Fackel landen, dann. Du verreckst gleich, oder? Nö, nö, ich hab noch 9,5 Hertz. Ich lande das jetzt... Wo könnte ich denn das landen, damit die irgendwas mitnehmen? Auf deinem Haus? Nö, auf... Apropos, warte mal. Da ist so ein Haus, das noch nicht fertig ist. Nein, nein, nein. Wir brauchen die Pfortsätze irgendwie normal. Ich glaub, da lernt das nächste Mal in ein anderes Haus fliegen. Oh, Gott. Olaf bringt dich um. Nee, der Benni. Noch mehr als Benni. Olaf will das Haus dort ja nicht. Nee? Nee, nee. Der findet das hässlich. Aber es hat halt... Der Pricks hat ja das letzte Mal... Oh, komm zusammen. Warte. Bleib mal ganz... Dass das in den Köpfen leide für Olaf wird. Halt. Ja? Ja? Hast du das Ding da grad oben drauf gelandet? Ja. Dankeschön. Endlich kommt dieses Haus weg. Du, pass mal auf, wenn du dich jetzt reinsetzt und damit wegflickst, musst du glaub das ganze Haus dranhängen bleiben. Ey, wenn er das jetzt macht, ich bepiss mich vor Lachen. Also wenn das echt hängen bleibt, bepiss ich mich vor Lachen. Ja, wie fliegst du jetzt? Ja, wie fliegst du jetzt? Ich hab das so gut gelandet. Geil. Oh, das ist so geil. Oh Gott, ey, ich kann nicht mehr. So eine beste Folge muss es aber auch mal geben, um einfach nur Blödsinn machen. Äh, nee, nicht runter. Runter war das hier. Ja. So. Ich hätt gern auf diesen Stone-Kriever gerne einen Diamanten und so, weißt du, nein? So gut. Krass, Mann, so. Du musst dir den besorgen. Naja. Den mach ich schon irgendwann. Ey, wenn das, wenn... Och, schade, das geht nicht. Dann machen wir das halt. Wie, das geht nicht. Seger, die guckt ja zwischen den Schiff. Ich, ich, ich kann nicht mehr. Ich, nö, nö. Oh, das tut weh. Ich will mich verarscht. Echt. Warum? Das ist doch schön. Oh, ich hab eine Item-Kanone. Ah, geiler Keller, Mann. Olaf. Also, Item-Kanone, wo? Hey, wieso dreht die sich nur in die E-N-Richtung? Was soll denn das? Ich will die auf die Tür zählen lassen. Das ist Beschiss. Beschiss. Ey, warte, versuch die mal mit Shift und dann mit Maus rauen. Ne, geht nicht. Das ist ja scheiße. Gibt's ja bestimmt, von welcher Mod ist das? Das ist jetzt von Open Blocks. Du musst hier in den Baum ein... Lol, du musst hier ein... Lol, Alter. Komm mal her, Klyrox. Komm her. Alter, du musst hier. Hier. Hör, was ist? Musst du noch ein paar Leafs oder so hin tun. Und dann hier so eine Tür aus Leafs. Da reingehst du dann noch ein Ding. Und es geht dann nach unten. So ganz nach unten. Hilfe. Was hast du gemacht? Wo bist du? Das ist eine Bienenkönigin. Hilfe. Was machst du da? Ich renne ganz normal. Digga, das ist schneller, wie wir in Deutschland das stellen. Das ist die Rüstung. Wenn ich dann... Du bist so ein Schmerz, ey, Idiot. Das war Nitroglycerin. Du bist doch so ein Schmerz. Du weißt doch ganz genau, was Nitroglycerin macht, Alter. Oh, geil. Ich hab jetzt einen Screenshot gemacht. Ich bin der Wurst. Den reicht. Alter. Ich bin nicht reich. Ich bin nicht reich. Ähm. Danke. Bitte. So, warte. Ich glaube, ich habe sogar noch was in meinem Kissen. Das ist ein Dungel-Duch. Ich finde das geil. Jetzt muss ich erst mal hier reparieren. Oh, Gottchen. Warum ist hier ein Creeper drin? Warum ist hier ein Creeper drin? Benny, Nick, Olaf. Och, ne, Leute. Drei Leute, die man nicht alleine auf dem Dürmer lassen soll. Also, ich habe das Nitroglycerin immer noch in der Hand, nur. Ich gehöre auch da genauso dazu. Oh, fuck, Leute. Oh, ne, Leute. Also, wenn ich das jetzt hier hinwerfe, ist, glaube ich alles weg, oder? Alles weg. Selbst die... Warte kurz, bevor du drauf hast. Ich gucke mal ganz kurz. Ist da nicht viel drin? Oh, Leute. Ich mach das, ich mach das nicht. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Das ist doch kacke hier. Was ist denn? Ich will nicht wissen, dass explodiert ist. Ich höre, wie er die Items aufbaut. Bitte nicht aufsammeln. Ola. Entschuldigung. Sagst du bitte nicht? Oh, fuck. Warte, ich werde Sachen dahin liegen. So, damit auch nichts gelöscht wird. Die anderen Sachen liegen hier vom Eingang. Nimm die dir mal, bitte. Olaf, weißt du, wie du dir das ganz leicht ersparen kannst, indem du einfach ganz leicht nicht mehr in mein Haus ungefragt gehst? Komm mal her. Komm mal her. Ich habe nur vier, drei Sachen aufgehoben. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Hä, Leute, was habe ich denn gemacht jetzt? Du bist in mein Haus, genau. Hä? Ja, ich habe dir hier, äh, ich habe alles hier in die zwei Kisten geräumt. Tyrod. In die zwei Kisten habe ich alles reingeschmissen. Gut. Die in jedem sein Haus. Ich wissen will, wie die bauen. Sag mal, ich habe ernsthaft Auto-Jump an. Ui. Anscheinend, ja. Das ist halt wieder durchs Update gekommen. So, warte. Äh, wie ist denn der Kühler da reingekommen? Äh, ich habe nicht auf dem Haus. Äh, wir haben ein paar Fackeln hinsetzen. Also, Tyrod, ich kann dir helfen, dass du nie wieder einer joinst. Nein. Nein. Ey, ich gehe das jetzt nochmal testen. Nein. Scheiße. Ich bin da. Fuck. Ich bin aus. Du, ah. Mein Luftschirm. Das ist ein komplettes Luftschirm, Mann. Das bezahlst du. Das bezahlst du. Äh, Olaf. Wo ist denn dein Pferd? Das ist mein letztes. Ich kann gerade nicht mehr. Ey, ich bin einfach nur vom Balkon gesprungen. Ich kann nichts dafür. Hier unten liegt auf der Seite vom Schirm. Das war's. Nee, das ist absolut nicht mehr. Das war's. Tyrod, ich ersetz dir alles, okay? Nee. Was ist so weit? Warte mal, sogar mein, sogar mein, mein Fahrstuhl ist weg. Das kann aber, aber das war nicht ich mit dem Fahrstuhl. Nein, das war ein Kaisel, das warst du nicht. Aber Olaf, wo ist dein Pferd? Ich habe gerade einen Sattel eingesammelt. Creeper, Creeper. Scheiße. Ui. Digga, wo kommen die hier? Die spawnen aufm Haus. Die spawnen alle aufm Haus. Oh, scheiße. Wo ist der Tyrox jetzt eigentlich hin? TP Tyrox. Hier. Ui. Das ist doch schön, oder? Ja. Wie das hier funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. TP Olaf zu Ike. Hey, ich bin hier gerade am Fressen. Egal. Ah ja, was ist das hier schon wieder? Hä? Was machst du alles? Yo, was war das? Ach, hier warst du wegen dem Brennen. Au. Au. Geh weg von mir. Ah. 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 Was ist denn? Was ist denn? Spass. Ah. Ah. Ja, guck mal hier. Nein. Nein. Scheiße. Ich muss das alles nachher wieder reparieren. Boah. Nein. Nein. Boah. OOOOHOHOHOHOHO Nein, auf! So gließ' ich von dir raus! pasta schell was fest denn, ich hab kein Essen mehr Äh, warte warte warte, kumm her, hier Ähh, wo haben wir Pams, da haben wir Pams Underpams Och Gott, ich kann nicht mehr Ich... ...gänkel mir echt noch einen vor Lacken Alter, alles kaputt hier Wozu gibt's World Edit? Aber, ganz ehrlich, ich hab einfach mal ne Aufnahme angemacht. Das musste einfach, ich musste das einfach festhalten. Die läuft schon seit ner halben Stunde. Die Aufnahme? Ja. So, wo ist, ach du, Heimachtland. Hey lol, soll ich so richtig hartkopfig sein? Was denn? Ich kann nicht verbieten, die Aufnahme aufzustellen. Nein, das machst du nicht. Nee, mach ich auch nicht. Weil das einfach nur richtig geil ist. Da sehen die anderen mal, was wir so für Fun abends haben. Nee, was wir für Scheiße machen. Und dann beschwerst du nicht, warum der Server nicht läuft. Ich beschwere mich doch nicht. Nee. Okay, es sieht scheiße aus, aber es ist fast repariert. Überall, ne? Ja, eher so, ja, fast repariert. Ich muss erstmal den Befehl kopieren hier. Oh ja, Alter, den ganzen Dirt, den sammle ich ein, weil wenn wieder in der Stadt irgendwo ein Küker hochgeht... Dann kannst du dich bei mir melden, denn ich hab massig und tonnenweise davon. Ja, sieht doch gut aus. Dieser Baum sieht auch lustig aus, wie der einfach nicht vorhanden ist. Olaf, Olaf, was sagst du? Warte. Wo bist du denn? Ja, boah. Ja, boah. Das sieht gut aus. Alter, einfach mal... Einfach mal auf eine Höhe gebracht hier. Oh, hier hinten ist ja noch mehr in die Luft geflogen. Ach du Scheiße. Loll. Okay, da gab es ein Leck. Da hast du eine Stufe zu hoch gestellt. Ach, Loll. Oh, das sieht sogar noch ein bisschen Natur aus.